das ist ja jemand müde gar nicht, war das halt ich für ein Gerücht ich hab das auch gehört da ist ja auch jemand müde du hast mich angesteckt gar nicht doch, ich bin für sowas sehr anfällig bis jetzt wird beeinflusst ja ja warum laufen wir eigentlich weiß ich nicht, das weiß auch keiner ich komme jetzt nochmal hoch weiter raus fliegen hier ist die Gegend auch super gemacht das sieht aus wie eine Savanne ja hey, warte mal, ich hab mich verloren ach ne, warte mal, ich hab Dark Rege gesehen soo mein Fugel hat definitiv extrem viel Ausdauer ich warte jetzt mal auf die anderen beiden da kommt Dark Rege ich seh Dark Rege noch in Sicht weiter, oder? ich seh Dark Rege noch, ja ja, da kommt's ja ha, guckle die euch hier gegenseitig an ne, ne, ich musste über mich Ameisen angegriffen haben das waren die, die mich angegriffen haben ach soo oh, hier sieht so ein Bronto ziemlich löt aus, finde ich äh, müsste die Arme Brontos ärgern ja, ich hab ihn mal angestopft dann hörst du mal, wenn ich dich anstopse ja, für nicht hat nicht geklappt stopp's Keksi's auch gleich versucht hat setz er sich gleich auf dich rauf, oder so greif ihn gleich mal den ersten Namen kann ich, bei dir auch du hast kein Häuschen über dich gebaut EY Alter, vergess meinen Vogel nicht wo ist er denn? ach so wer hat dich denn gegriffen? Keksi hast du ihn? mhm ich such dir jetzt einen Giger und dann setz ich dich da rein das sind die Brontos davor mit der Höhle ja, das ist die, die ich euch noch zeigen wollte das ist die Bronto-Höhle ich such dir jetzt ein Giger und das ist die ah, die, ja, die hab ich auch entdeckt das Keks, jetzt hau es schnell ab, ne? da hab ich das eine mal entdeckt ich hab nicht mal ne Ahnung, wo ich lang muss, aber ich... oh, ich hab vergesst, die Aufnahmeschaste zu drücken hi, wir sind hier bei EinlogTV und wir reden über Kaninchen, die ihre Scheiße essen wow nein, das tust nur du das muss so ach ja beziehungsweise, ich hab hier gerade einen Eiswöffel ach, Fienchen ja, wie ist Schneeflocke hier hab ich auch Schneeflocke ein Stück weit oben ist ein Eiswöffel arg spielen macht so viel Spaß ja, ne? ich komm gar nicht drauf klar weil das so lustig ist vor allem das Einloggen macht immer so viel Spaß ja, das ist auch so spannend und geht super schnell das dauert fast nur ne halbe Stunde nirgends mal dazu nirgends mal dazu nirgends hier so voll rum lass dich, jetzt fahren, Len das wär uncool boah, wir haben schon elf nach zwölf warte mal, wo ist denn hier ein Raptor das wär auch uncool oder ein T-Rex das wär noch uncooler nirga? nick dich ey was? war da gemütlich am chilln hast du da komm, er setzt es hin auf die Füßen was kann ein Boss er ist ein T-Rex sehr geil Ich kann dich auch mal in einen Giga verfüttern. Mit Pfeil und Fugen, den jagen dann. Nee, das dauert immer so lange. Alter, man kann auch zielen. So, jetzt bist du reif. Wo haben wir hier? Guck mal, da ist ein Kanon und ein Raptor. Und noch ein Raptor und noch ein Kanon. Nee, das wäre richtig mies. Und da hinten ist ein T-Rex. Oder ist das ein Giga? Nee, ist ein T-Rex. Guck mal, ich habe hier Futter für euch. Wisschen hart, ne? Ach, hinterher ist das die große Fülle, okay. Guck mal. Toll, ich kann doch nicht auf die Schiefe. Auf jeden Fall finden sie dich appetitlich. Ich kann da nicht auf die Schiefe mit. Dein Vogel ist meistens im Weg. So, jetzt hauen wir lieber ab, sonst bringen wir die nämlich noch mit. Und dann ist Keksi Frühstück. Ich will kein Frühstück sein. Nee. Oh no. Mal gucken, wo wir die sind, hier wieder. Ah, da! Das könnte echt mein neues Lieblingsgetrinkt werden. Was? Birnensaft mit Zeta. Schmeckt ziemlich cool. Hast du unseren Birnensaft gekriegt? Ja. Warum? Weil ich grille. Ich hab noch Birnen im Kühlschrank. Sei neidisch. Aber der Birnensaft ist schon offen. Ich weiß gar nicht, ob die noch gut sind. Wann haben wir den Kuchen gemacht? Sonntag, ne? Ich glaube ja. Ja, ja. Nee, nee, nee. Tut das doch. Doch, Sonntag. Kann gut angehen. Ja, ja, ja. Dann sind die noch gut. Ich weiß, dass ich zum Abendbrot esse. Birnen. Schnaps und Apfel Wein. Was? Birnen, Schnaps und Apfel Wein. Geht schon wirklich alles rein? Aha. Ja. Ich gehe jetzt da hin. Ja. Ach, Ach, bitte. Bitte. Ach, sag nein. Wenn ich jetzt nicht reinkomme, ne? Ja? Also wenn das dann wieder... Dann mach ich einfach aus. Ich mach einfach aus. Ich geh einfach. Dann sollen die mich doch essen. Ist mir doch egal. Du wieder, ey. Ist einfach so. Ist einfach so. Ich bin gleich nicht da auf. Ach, ach, da unten. Hey, Leute, die sind immer jetzt klein, ey. Seid ein bisschen leise. Ja, ich guck mir grad die grüne Hölle hier an, also. Ja. Wenn du hoch fliegst, ist das ganz interessant. Du siehst unten gar nichts mehr. Also der Nebel liegt wirklich und... Okay. Nicht schlecht. Ich bin grad ein bisschen fasziniert gewesen. Ich bin fasziniert. Ja, genau. Und ich bin super gelaunt. Das blickt nicht so schön in meinem Bauchnachfeld. Ja, genau. Blicken die jetzt noch mal. Du bist blind. Kannst du sie aufwiegeln? Nein, sie liegt da immer noch. Du bist blind. Sitzt du auf, stell drauf. Nein. Lachen die. Das ist so toll, wie er sie übersieht. Hä? Wir halten uns hier alle für'n Stein. Ja. Guck mal, dass sie so raus wie'n Stein. Ach, sie ist wach. Nein. Jetzt muss das noch mit ihrem Rechner klappen. Jetzt rede ich wieder nicht. Er lädt noch. 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 Wow. Ja, irgendwann müssen wir mal ne PvP-Folge machen. Ja, klar, mal. Oh, meine Kaninchen kriegen heute viel zu spät Armbrot. Uiuiuiuiui. Ja, und das alles nur wegen deinem Rechner. Ja. Ne. So. Wegen uns, ne? Ja. Wir sind die anderen schuld, ne? Man muss das ja auch mal einsehen. Ach, würdest du dir das selbst zu Herzen nehmen? Ah, sie ist da. Ich hab Schwarzbild. Wo ist mein scheiß Vogel? Da oben. So. Ich hab keine Lust mehr. Wisst ihr, was auch so aussieht? So bei diesen Nebelnässe über diese Savanne da geden. Ja. Ich hab schon Widerstandbild. Ich dachte gerade, ey, ich wär ausgerastet. Ich hätte mein PC einfach ausgemacht. Hahaha. So, hier unten ist jetzt, was ich noch zeigen wollte. Und dann haben wir es auch. Das Wasser ist jetzt mittlerweile so augenkrebslastig. Hier haben wir einen coolen Hammer. Ah. Mein Hammer. Meiner. Genau. Hier unten kriegst du... Äh, Alter, das geht voll auf die Auerung. Ja, hab ich ja gerade auch. Das tut weh. Aua. Eigentlich ist hier nämlich ne Treppe da. Und normalerweise kannst du hier unten Öl drinne fahren. Boah. Alter. Ich bring' eher mal rein. Alter, ich hab'n Leck, scheiße. Und mit was hast du dich angelegt? Gar nichts. Nein, mit'm T-Rex, ne? Bring was mit. Ne, jetzt haut's ab. Egal. Nein, weil das war nur ein Bronto. Ach so. Da kommt es schon rein geflogen. Was sieht cool hier draus? Alter, ist das ein Loch hier? Ich glaub, das soll eigentlich Wasser darstellen. Ja, das ist auch eigentlich Wasser, weil da unten ist auch Öl und alles. Das ist einfach nur mal wieder Augenkrebs. Oh mein Gott, Zauberhand, es wurde hell. Boah, Alter. Wasser, schiert. Wie kann das denn sein, Alter, das Spiel ist so buggy. Nee, gut. Den wollte ich jetzt mal angucken. Ah, cool. Und Zillica Pads kann man hier fahren. Mhm. Habt ihr auch noch mal ein bisschen was gesehen von der Valhalla Map? Ah, cool. Ja, und ich würd sagen, damit verabschieden wir uns, oder? Den Heimflug machen wir kurz offscreen. Ja klar. Woll ich sagen. Das ist super langweilig einfach nur wieder da hin zu bringen. Gerne. Genau. Naja, wir bedanken uns, dass ihr dabei wart bei ARKTogether und bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss. Tschüss! Tschüss. Bis zum nächsten Mal.